Ab Montag ist die S108 zwischen Hoyerswerda und Riegel auf dem Abschnitt Gewerbepark König bis zur Einfahrtaussichtspunktscheibe komplett gesperrt. Im Bereich der ehemaligen unterirdischen Heizstraße wird die Brücke abgerissen, im Anschluss das Areal verfüllt und eine neue Straße darüber gelegt. Eine Umleitung ist weiträumig über die B97 Burg und Tiegling ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis zum 8. August andauern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017